Hier in dem Schweinefleisch halte ich nicht für möglich wegen dem ganzen Antibiotika im Fleisch. Ja, und mir kann hier auch nix passieren. Ich bin safe. Oh, du scheinst nicht mehr ganz frisch zu sein. Du auch nicht. Hast du jetzt nicht gesagt, oder? Was isst denn du heute, wenn ich leckeres Züri-Geschnetzeltes esse? Das, was du kochst? Glaubst du? Das ist deine Aufgabe in dieser Beziehung. Das ist meine Aufgabe in dieser Beziehung? Wie wäre es, wenn du mal deine Aufgabe erledigst? Welche? Really? Ach, Chat. Männer sind Schweine. Was? Mhm. Nee. Ratet, wo die Schüssel herkommt? Richtig. Das Wasser da rein. Und jetzt kommt das Ganze für 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Je nachdem, wie quatschig und matschig man das haben möchte. Wo ist meine Eieruhr? Ich habe die neulich schon gesucht. Und habe ich die oben gehabt? Achso, stimmt. Und dann habe ich es anders gemacht. Alexa, Timer auf 40 Minuten. 40 Minuten, auf jetzt. Alexa, danke. Geht's, Herr. Gerne Fisch. Jetzt gehen bei euch wieder die... Alexa, Licht an. Alexa, bestelle riesengroße Erdbeerkondome. Ich habe gerade eine Erinnerung, die große Erdbeerkondome hat sogar eine Erdbeerkondome. Danke, Alexa. Ja, ja. Das Kuchen. Das Bananenmatsch-Brei. Können wir das ohne das machen? Nein, dann wäre es ja kein Bananenkuchen, du Banause. Ja, aber wie geil sieht das denn aus? Und wie ekelig sieht das aus? Das siehst du nachher nicht mehr, weil es da reingemischt wurde. Aber das sind wieder schimmelige Bananen, oder kann ich das diesmal auch essen? Das waren die Bananen, die da noch lagen. Da lagen Bananen. Sind das frische Bananen oder nicht? Die habe ich vorgestern gekauft. Wie sahen sie aus? Gelb mit ein paar braunen Punkten. Die Bananen auch unter der Schale? Die war gelb. Und ehrlich? Guck den VOD an. Weißt du was? Du kriegst gar nichts von meinem Bananenkuchen. Und jetzt gib ihm. So. Jetzt muss ich einmal kurz... Äh, äh. Mach ich ihn hier mit? Ähm. Ab in den Mund, das geht immer. Ab in den Mund, das geht immer. Ab in den Mund, das geht immer. Oh, wow. Bitte zitiert das nicht. Ich meinte den Kochlöffel mit Schokolade dran. Aua. Jetzt hat es mich angespritzt. Ab in den Mund, das geht immer. Ich hab gehört, Schlo will kochen. Ich hab gehört, du willst gehen. Der war ganz viel da. Und jetzt haltet mich nicht für bescheuert, ne? Was ist das hier? Mich? Ich darf das... Ich darf das gar nicht erzählen. Nix ausgelaufen. Mich macht es glücklich, so Dinge zu matschen. Oh, fuck. Oh, okay. Oh, fuck. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann. Hör auf jetzt. Lass das. Geh weg von mir. Du hast mir das schon mal über den Oberschenkel... Schatz. Was ist mit den riesen Krümmeln da? Wenn du schon saugst, dann ordentlich. Hör auf. Ich bin entsetzt, weil ich das Ding auf einmal in den Mund kriege. Ab in den Mund, das geht immer. Ganz schön fett geworden, wahr? Ach, Schätzchen. Ganz ehrlich. Wenn ich fett bin, was bist denn du dann? Ein eigenes Sonnensystem? Soße reingemacht. Jetzt kommt da ein großer Schluck Rotwein rein. Der verkocht. 2.000 Jahre später. Ja, das ist ein sehr großer Schluck. Knoblauch darf nicht anbrennen. Yep, I know. Das ist das Rind. Okay. Okay. Willst du dir helfen? Nö. Kacknase. Was brauche ich? Pfifferlinge. Ich mag übrigens keine Pfifferlinge. Richtig frech. Absolut, oder? Was sind denn die Kartoffeln? Ich mache selber Rösti. Ich mag keinen Rösti. Ich mag nie Leitte. Ich mag nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020